mit mir der nachmet und ja so eine plan was wir eigentlich alles machen möchten in ganzem projekt zu besagt ja das nächste mal wenn ich was mache ich denke das andere wird auf jeden fall wo ich dann halt ein bisschen frisch irgendwo in der wüste und grün zu holen einfach warum also feuerschutz 1 ist schon erbärmlich herrst du was bist du schon bei dir zu aber jetzt endlich auf jeden fall gar nichts mehr davon ich wollte mit partner zu machen und da rastet aus ich meine die albaner die verstehen den nierenhumor sag ich doch ich Like da, aktivite Glocke und ciao Leute!